die dritte entlassung in diesem monat drehen da macht laune oder das ist schon ganz schön amüsant jetzt stell dir vor du rennst mit mehr als wir mit vier spielern darum jetzt stell dir einfach mal vor wir hätten noch unsere maus zur verfügung und das wäre dann wäre es einfacher wahrscheinlich ja ich hab da probleme mit der steuerung nicht nur du mal wie alle vor allen dingen wie er ist die reagiert und pfeiltasten reagieren aus der hüfte heben der hüftschwung ich nehme gleich erstmal den automaten mit liebes bett ich vergesse auch immer dass man springen kann du kannst die sachen noch einfach nur runterschmeißen warte ich nehme lauf wieder hoch ein abgäser komm rein da bett ich kann nicht springen so jetzt wieso hängt eigentlich alles so fest an der wand das bücherregal schmeiß runter es sind mehrere bücherregale ich so ja schmeiß einfach runter und ich da mal los komm hier nicht mehr raus nein du hast das bücherregal vergessen ich glaube wir müssen nur eins davon mitnehmen also ich habe eins reingepackt okay dann hat es das war nämlich gefühlt das war nämlich gefühlt vier oder fünf bücherregale alter mann ich wollte sie nicht kaosch der kühlschrank ja der hängt schon halb in den angeln ich bin unterwegs ich habe dass der kühlschrank kaputt gegangen ja wir haben noch einen kühlschrank da oben da ist ja noch einer weiter hinten aber weißt du was ich schon mal wohl ich hole schon mal die sessel weg soll die kommode brauchen wir die braunen wo ist die kommode da die ist hier hinten nicht so was hat das so tun wo ist der sessel man mit dem sessel da ist er jetzt räumen wir ein altersheim aus irgendwie so ein beschissener bodykopffilm erstmal altersheim ausräumen ja ja du sollst sie reinräumen und ich raus und was noch ein teil mitnehmen ich gehe damit rein und dann muss tiefer rein sonst machte den kaputt oder ohne ich fahr oh mein gott gleich ertragen die sessel liegen alle schon einer ist wieder im haus und immer wieder raus die sessel sind glaube ich die nächsten ane die schrank ja ich sehe ihn alter bleib doch drin ich bleib drin du packst noch ein zwei sachen rein und fahr los oder fahr ich los ich habe zwei sachen gehabt habe auch los gelassen aber er nimmt sie dann trotzdem damit raus ich war ja fahr komm fahr irgendwie zählst nicht wenn diese rote leiste da unter dem item abläuft dann zählst jetzt hier die sessel dann lichten der hey mutti lass den sessel hier wir sind wo ihr das seger du kannst sie doch nehmen ja ich hab grad eine ältere ich hab die grad am höchsten am rosen nimmst sie mit ja wir waren schlechter als beim letzten mal jetzt vorbei weil die stehen voll im weg ja was hättest du in der arbeitsmoral wir haben das voll super gemacht ja wir sind wir müssen das noch perfektionieren glaube ich aber diesmal wurde ich ja so schnell kann es geht vom mitarbeiter des monats zu gefeuert ja das liegt daran dass du dann lob bekommen hast und hast gedacht ja das liegt daran dass du dann lob bekommen hast und hast gedacht